Ich sagte zu ihm, du wirst nichts machen, weil er so geredet hat, ich werd das machen, ich werd das machen, ich werd nix machen, wir sind Mardelis, ich mein's so, wala, du wirst nix machen. Maximum, du wirst dich entschuldigen, das war's. Ja, tamam, aber was soll ich darauf antworten mit, du wirst dich entschuldigen. Das ist doch auch eine Bleidigung. Das juckt mich, das, was er darauf antworten soll. Das ist doch auch eine Bleidigung. Aber, Bruder, Huko, leg doch nicht das eine mit dem anderen gerade auf die Waage, Bruder. Ja, was legst du die ganze Zeit? Leg nicht, leg nicht, leg nicht, Alter, Bruder, ich bin... Nein, Bruder, ich bin auf die Waage, ist doch egal, jetzt, ja. Komma, du sagst, Bruder, Huko, wir wollen die Sachen im Khin auseinanderbringen, aber, Bruder, du diskutierst uns die ganze Zeit, bitte. Zu dir komm ich gleich, zu dir komm ich gleich, warte. Tamam, das ist eine Sache zwischen euch beiden, ich bin da reingekommen, ich hätte mich da nicht einmischen sollen, weil... Bruder, Wallahi, le azim, alleine, dass du sagst, man sollte ihm keine Plattform geben, ich schwöre auf Koran, allein, das ist sehr, sehr beschämend. Und die Sache mit Hamid, korrigier mich, wenn ich falsch liege, Omar. Du, du bist doch so ein Verhman, du bist doch jemand, der so viel Ahnung hat. Wenn wir beide, ich bin bei euch, ich bin bei euch im Leib, ich versuche zu reden, 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 ich will den reinholen, ich hole dich rein. Ich sag zu Hamid, hol Omar rein, wir hören uns... Mut seine Aussage, wir gucken, dass wir beide uns vertragen, weil das gehört sich nicht besser, wenn die beiden sich vertragen. Das waren die einzigen Wörter, die ich gesagt habe. Wir sind gerade dabei, eine Sache zu klären. Eine große Sache, für mich ist das keine kleine Sache. Wenn jemand die toten Eltern von irgendwen beleidigt, ist das für mich eine sehr, sehr große Sache. Wir klären gerade eine große Sache. Ich sag zu Hamid, Hamid, Bruder, warte kurz, Mahmoud will rein, wo du weg warst. Hab ich gesagt, Hamid, warte kurz, hol Mahmoud rein. Danach klären wir das ganz kurz. Bruder, 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 jetzt auf einmal redest du so schön. Danach kannst du sagen, was du willst. Ich komme zurück in den... Jetzt du redest so schön, jetzt du redest so schön, du hast vor zwei Minuten wieder diskutiert gehabt. Was diskutiert? Was? Was diskutiert? Hä? Er hört er mich nicht? Rede doch zu Ende. Du hast doch gerade was gesagt. Du hängst, Bruder. Hörst du mich jetzt? Ich meinte, rede zu Ende und dann sage ich was. Komm, ich rede zu Ende. Wir haben gerade eine Sache, Bruder, wo ihr eure Mütter beleidigt habt, eure Väter, eure verstorbenen Väter beleidigt habt. Das ist eine sehr, sehr große Sache. Für diese Sache, Habibi... Ich habe sein Vater nicht beleidigt. Du hast Hurensohn zu dem gesagt. Für diese Sache werden Leute umgebracht. Du weißt es ganz genau. Das ist keine Kleinigkeit. Dann sage ich zu Hamid, Hamid, Bruder, warte kurz zwei Minuten. Mahmoud hat mich angerufen. Er will reinkommen. Er will sich vielleicht sogar von seiner Aussage zurückdistanzieren, weil du auch gesagt hast, dieses Wort Huren hätte ich nicht in meinen Mund nehmen dürfen. Okay, wenn du schon diese Hurensohn-Wort erwähnst, dann erwähne auch, dass er das andere... Komm, ich komme gleich drauf zu. Dann sage ich zu Hamid, warte kurz zwei Minuten. Weil du sagst das so, als wäre ich schon... Warte, warte, lass ihn mal ausreden. Warte, 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 hör mal zu. Dann sage ich zu Hamid, warte kurz, Bruder, zwei Minuten, er kommt. Mahmoud sagt zu mir, warte zehn Minuten. Ich muss mein Handy aufladen, dann klären wir das. Ich, du, Amar. Und Hamid, ich komme zurück, ich sehe, Hamid ist weg. Ich denke mir, Taman, vielleicht Internet, keine Ahnung, was auch immer passiert ist. Ich denke mir, scheiß drauf, egal, vielleicht ist er, der ist mit euch live. Dann habe ich gesehen, er ist mit euch live. Scheiß drauf, ist egal, ist scheißegal. Dann, die Leute schreiben mir, die reden über dich und die reden über dich. Ich so, egal, scheiß drauf. Dann ruft der Hamid mich an und sagt zu mir, ja, was passiert mal, was passiert? Ich sage, Bruder, wie, was passiert? Ich sage, Wallah, so schnell hast du mich verkauft. Ich sage, warte doch wenigstens, bis wir die Sache geklärt haben. Danach können wir machen, was wir wollen. Aber Eib, Bruder, sowas macht man nicht, Bruder. Ich bin mit dir live und du springst sofort zu dem Nächsten. Warte doch, Bruder, das ist für eine Krankheit. Aber Arrogan, Bruder, lass mich ausreden. Warte, lass mich ausreden, Bruder, ich grüß dein Herz. Lass mich ausreden, Bruder. Dieses Thema war zu, er wurde gesperrt. Aber Bibi, dann rede doch kurz und sachlich, ja, du hast... Ich rede kurz und sachlich. Dieses Thema wurde, er wurde gesperrt, Jani, dieses Thema ist zu. Wir können nicht mehr mit Arroganität reden. Nein, Bruder, nichts ist... Aber wusstest du doch gar nicht, du bist weitergegangen. Oh, alle Leute haben geschrieben, er wurde gesperrt. Alle Leute, 100 Millionen Nachrichten, er wurde gesperrt bei uns allen. Guck mal, Kallas, Kallas, guck mal, ganz kurz, ja. Like, du hast Kraft, Kraft, ich küsse deinen Kopf, Habibi, alle.